Willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Generals, die Stunde Null. Ähm... Ja, genau, ähm, was? Wodrüber man hier gerade so tätig sein kann... Ähm... Kampf! Ja, wir wollen der IWG natürlich kriegt... Kein Overlord-Panzer, warum sollte ich auch? Ich meine, es ist ja nur fast so, dass der Overlord-Panzer der genialste Panzer im ganzen Spiel ist, aber nur... Nebensächtliche Kleinigkeiten, wer interessiert sich dafür? Uninteressant... Beschießen wir sie als ein Helikopter. Allerdings glaube ich, diese Feelingsgeschütze überzeugen mich gerade dazu, dass ich zurückfliegen sollte. Mein Freund, ihr kommt aber in ganz schön gestiegener Zahl. Einheit verloren. Ich glaube... Nein! Ah, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Zurückziehen. What the fuck? Ich würde mal gerade gerne wissen, was hier angegriffen wird an der Stelle. Das wäre echt verdammt gut zu wissen. Ihr verdammten IWG-Frosche. Ich glaube, ich klaue ihm gerade alle Panzer. Ähm... Ich überdrehe auch ein definitiv mehr Geschütze. Man sollte eigentlich meinen, bei dem Kraftwerk braucht ich keine mehr. Aber... Oh. Ups. Ich bin außerdem auf das Menü geklickt. Entschuldigung. Das sind Selbstmord-Bikes. Auf dem Trip ist der kleine Bastard also. Angriff. Oh, verdammte Bitch. Fuck, 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 fuck. Fuck. Okay. Und so stellen wir fest... ...d-d-d-d... ...dass es gerade nicht allzu gut läuft. Da man uns gerade mit Spreng-Bikes und Spreng-Scheiß auf den Nerv gehen will. Und ich weiß nicht, das finde ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen scheiße von denen. Äh... Upti-Freaky-do. Selbstmord-Bikes, Selbstmord-Bikes. Ich würde sagen, knallt die Säcke doch auch mal ab? Ach du Scheiße. Okay, ich dachte jetzt gerade echt, hier kommt ein Riesentrop auf mich zu, aber... ...zum Glück habe ich mich wohl optisch getäuscht. Gott. Da. Ich würde gerade sagen, ich verliere gerade ernsthaft so ein klein wenig den Überblick. Und... ...ich finde das jetzt... Was? Wo denn? Ich würde sagen, um Gottes Willen, fahr! Fahr, sonst vergesse ich mich. Okay, von da kommen ein paar weniger bedrohliche Sachen. Von da kommen ein paar weniger bedrohliche Sachen. Panzer! Mehr Panzer. Hacker kann ich natürlich nicht bauen. Die Seite ist auch anders. Äh... Aha. Wuppi... Wuppdi-fucki-du-da. Scheiße, ne? Aha, aha, aha. Ich würde sagen, ich kommentiere euch mal da drum. Wir brauchen erstmal ein neues Kraftwerk. Hier fangt an, mir ein wenig auf die Nerven zu gehen. Einheit verloren. Und zurück. Und dann finde ich jetzt unko, Leute. Das macht ihr nicht nochmal. Ähm... Wo geht's zur Schlacht? Die BG soll vernichtet werden. Dazu müsste man aber auch erstmal wissen, wo die ihre... Ah, hier. Wir sagen, wo die ihre verkackte Basis haben. Wir brauchen erstmal weniger Feindtruppen. Äh, ich weiß. Die Abwechslung hält sich jetzt gerade einigermaßen an Grenzen. Aber was will ich machen? Ich würde sagen... Ich weiß, was ich machen kann. Mehr Truppen bauen. Mehr Truppen. Mehr Truppen. Mehr von allen. Und da haben wir schon den ersten verloren. Wir werden hier also ziemlich stark bedrängt. Das dürfte man, glaube ich, schon festgestellt haben. Mh... Mehr Panzer, liebe Leute. Mehr Panzer. Ich würde sagen, das letzte, was ich jetzt allerdings brauche, ist, dass man mir hier tierisch... ...mit Sachen auf den Sack gehen will. Natürlich kommen da jetzt schon wieder Feinde. Mach halt noch so viel. Ein da. Jetzt, der Lippe hat es zum Fahrzeug geschafft. Aber zwei Panzer mehr. Da möchte man doch... Da möchte man sich doch, glaube ich, nicht überschweren. Ach, super. Meine verkackte Artillerie ist zu schwach. Attacke. Ausgezeichnet. Da kommen sie wieder und wollen mir schon wieder direkt auf die Nerven gehen. Und rein. Solange sie mir nicht mehr zugezieht. Dingern da ankommen. Ja, ich bin gerade nicht mal in der Lage zu sagen, wie die heißen. Wie die eigentlich heißen. Einheit verloren. Was? Ach man, ich bin schon wieder darauf gekommen. Wieso? Hast du eine Baueinheit? Gut. Mehr davon. Von allem viel mehr. Könntet ihr mal aufhören, meine scheiß Gebäude in die Luft zu jagen? Das fängt an, ein wenig zu nerven. Was haben Sie für mich? Bin unterwegs. Helikopter. Okay, in erster Linie muss ich unten rechts die Position erstmal ausräumen. Dann hätte ich nämlich schon mal von einem Posten Ruhe. Ach, Moment. Neuer Trupppanzer. Schicken wir hier runter. Zusammen mit dem. Ja, auch noch. Kann man auch. Ne, oder? Ach du Scheiße. Ich versuche, wo muss man denn hier reinfahren? Aber hier scheint es zu gehen. Schicken wir den Sammeltrupp einfach da runter. Einheit verloren. Ich brauche einen Propagandaturm. Da brauche ich ihn. Verdammt. BG-Frascher geht mir auf den Zeiger. Äh, da, 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 da. Ich habe zwar jetzt keine Anti-Fuß-Tropen-Geschichte hier. Leute, ihr gebt mir ernsthaft jetzt mit diesen Raketen-Buggys gerade voll offen, Piss. Zerschossen. Zerschossen. Attacke. Für die Ehre und so. Ich muss den Doppel mal gleich wissen. Lass mich davon nicht irren. Weniger euch überfahren, mehr die anderen überfahren. Kack, geschossen. Oh, er repariert die Geschichte hier noch nicht mal. Da, 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 da. Hier springt er jetzt noch rein. Rein da. Da rein. Und da rein. Der Posten soll der meine sein. Panzer. Einheit verloren. Hier, hier parken sich schon alle Fahrzeuge, die man sich denken kann. Okay. Panzer eingenommen? Tatsächlich alle eingenommen. Nicht schubsen. Was haben sie für mich? Wo geht's zur Schlacht? Ich würde sagen, ich scheine die feindlichen Fahrzeuge zu blockieren. Es ist jetzt keine Zeit. Okay, es geht los. Attacke. Da, 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 da. Wo geht's zur Schlacht? Epic Fight, Epic Battle. Wo geht's zur Schlacht? Zerschießt die erste feindliche Basis. Und direkt, fuck you. Einheit verloren. Einheit, fahrt, 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 fahrt. Ihr sollt auch schon schießen. Das wär jetzt schon echt cool, wenn ihr schießen würdet. The fuck? Zum Glück sind die Battle-Master ja äußerst effektiv gegen feindliche Panzer. Einheit verloren. Attacke. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier ständig Einheiten verliere, aber es scheint Frequenz zu sein. Ich würde sagen, stehe ab. Ich spürt alle den Toro. Helix klar zum Gefecht. Ja, super. Hamba. Einheit verloren. Zack, zack, zack. Alle müssen sie hier umfallen und krepieren. Ich muss mal hier kurz was erforschen. Oh ne Scheiße, ihr verdammten Buggys. Mehr Truppen hier oben. Ich würde sagen, was steht hier rum? Was geht mir hier auf die Nerven? Was stört überall? Ich spreche euch die Knochen. Oh, zwei Gilddinger. Wie solltest du mal eine Beschreibung, die überhaupt keinen Sinn macht? Zwei Gilddinger. Okay. Zack, zack. Du, mein Freund. Wie viele sind hier noch? Zwei Stück. Ich brauche zwei Marines. Zwei Rotgardisten. An dieser Stelle werde ich diesen Part jetzt erst einmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Und ja. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns dann besser gefestigt. Mehr eingenommen. Und für mich beansprucht. In Sachen Basis und Zeug. Absetzen. Du nimmst den hier ein. Und du nimmst den hier ein. Und du tötest alle. Oh. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Leute. Angreifen. Angreifen. Gut, hier verliere ich jetzt mehr Soldaten als gedacht. Und auch noch einen Helix. Fuck. Einheit verloren. Von meiner Armee ist viel übrig geblieben. Okay, Leute. Wie gesagt, an dieser Stelle werde ich diesen Part erst einmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. What the fuck. Okay, 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 okay. Den Einschlag müssen wir noch sehen. Den Einschlag müssen wir sehen. Das kann einfach nur absolut super episch werden. Fuck yeah. Artelewie schlägt ein. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.